Heute kann einer von 100 Spielern ein Cosmetic gewinnen. Doch dieser muss dabei ein bisschen Glück haben. Und zwar haben wir drei Löcher vorbereitet, wo sich die Spieler reinstellen müssen. Doch nur ein Loch davon ist richtig, beziehungsweise nur ein Loch überlebt man. Die Spieler, die das richtige Loch ausgewählt haben, kommen natürlich eine Runde weiter. Der Rest ist raus. Das Ganze geht so lange, bis nur noch zwei Spieler über sind und dann der Letzte quasi gewonnen hat. Derjenige bekommt der Cosmetic und das Ganze machen wir dreimal. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze ausgeht. In dem Sinne, Freunde, ihr könnt gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen und unterstützen. Ihr könnt außerdem gerne einen Like und einen Kommentar für den Algorithmus da lassen. Außerdem stream ich so gut wie jeden Tag live auf Twitch, twitch.tv. Und auf dem zweiten Kanal gibt es regelmäßig Reactions. Okay, Freunde, in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir was Cooles überlegt. Und zwar haben wir hier drei Löcher. Dann müsst ihr euch entscheiden, in welches Loch ihr euch stellt. Und dann wird aber nur ein Loch richtig sein. Unten wird in einem Loch Lava sein, in einem Loch wird Wasser sein und in einem anderen auch Lava. Ich habe mir das selber überlegt, natürlich. Und das gab es noch nie irgendwo. Ihr wisst das. Es sind 100 Spieler, aber nur einer wird ein Cosmetic gewinnen. Digga, was macht Tiantv da? Was macht Tiantv da? Was macht Tiantv da? I'm done. Seid ihr bereit. Stellt euch an die Border. Es geht los. Ihr müsst euch entscheiden, welches Loch richtig ist. Und dann werden meine schönen, hübschen Helfer... Hier sieht man einen. Der ist das wohl. Und Wasser und Lava placen. Am Ende wird nur noch einer übrig bleiben. Und dieser wird dann ein Cosmetic gewinnen. Das Ganze machen wir dreimal. Ich mache jetzt alles aus. Ihr könnt euch entscheiden für ein Loch. Entscheidet euch für ein Loch. Nur ein Loch ist richtig, Leute. Welches Loch? PPL? Ich glaube, den beiden geht es nicht so gut. Wer sich jetzt nicht rein stellt in den nächsten 30 Sekunden, wird gekickt. Hallo, Ding Dong. Hallo, willst du ein Cosmetic gewinnen? Du hast ein cooles Gehirn. Bitte komm, geh doch in ein Loch. Entscheidet euch für ein Loch, bitte. Schreibt jetzt, wenn ihr euch seht. Minute und Sekunde in die Kommentare, wo ihr euch gesehen habt. 10, 9, 8, Miredis, ich hasse dich. 2, 1. Ich werde alle killen, die jetzt nicht im Loch sind. Miredis. Oh mein Gott, du hast so ein Glück, Miredis. Und wenn ich Go in den Chat schreibe, wird mein Helfer Closedorn ersetzen. Und dann wird sich entscheiden, welches Loch das richtige war. 3, 2, 1, Go! Welches Loch war das richtige? Oh! Alle in dem rechten und alle in dem mittleren Loch sind tot. Ihr seid noch weiter. Herzlichen Glückwunsch. Geht durch, entscheidet euch. Nur ein Loch ist richtig. Nur welches ist das richtige? ChiantiV left the game. Besser ist es. Welches Loch war das richtige? Oh! Das linke Loch war falsch. Das mittlere Loch war das richtige. Was ist mit ihm? Okay. Nur ein Loch ist richtig. Entscheidet euch für das weitere Loch, während die Helper uns das Go geben. 3, 2, 1. Jeder, der jetzt nicht im Loch steht, wird getötet. Du, ich gebe dir eine Chance, weil du meinen Skin hast. Komm, renn! Geh in ein Loch. Los! Jeder, der nicht drinsteht, wird gekillt. Hört auf, ihn rauszuhalten, Jungs. Das ist ehrenlos. Weird Champ. Weird Champ. Weird Champ. Weird Champ! Nur ein Loch ist richtig. Welches war es? Es war das rechte Loch. Es leben noch 8 Leute, wenn ich mich da jetzt nicht verzählt habe. Die anderen sind leider im Bedrock. Es wird spannend, meine Damen und Herren. Wer ist der Gewinner von der ersten Runde von nur ein Loch ist richtig? Entscheidet euch für das nächste Loch. 30 Sekunden Zeit. Digga, I have talking Ben skin. Yes. Welches Loch ist richtig? Es war das rechte Loch. Das heißt, warte mal. Es leben nur noch zwei Menschen. Finale der ersten Runde. Nur ein Loch ist richtig. Entscheidet euch nun für ein Loch. Imagine, Leute. Jetzt nehmen die einfach ein falsches Loch und dann sind beide tot. Sie haben sich entschieden. Crazy Jones links. Verflucht in der Mitte. Go! Welches Loch ist das richtige? Verflucht ist im richtigen Loch. Denn Crazy Jones ist bitterlich in die Lava gefallen. Verflucht, du hast die erste Runde von nur ein Loch ist richtig gewonnen. Beschreibe im Chat mit einem Wort, wie du dich gerade fühlst. Wie fühlst du dich? Wie ein Macher. Wow, das überrascht mich sehr. Eine zweite Runde nur ein Loch ist richtig beginnt nun. Freunde der Sonne, seid ihr bereit? Es geht los. Entscheidet euch nun für ein Loch. Nur ein Loch hat Wasser unter sich. Die anderen haben Lava. Aber es hat sich jeder für ein Loch entschieden. Und jetzt würde ich sagen, go! Welches Loch war das richtige? Es wird sich nun entscheiden. Und links war falsch. In der Mitte war falsch. Und rechts war das richtige Loch. Entscheidet euch für ein Loch. Ihr habt 30 Sekunden. Wer sich nicht entscheidet, wird getötet. So. Talking Ben. Welches Loch ist das, für welches du dich entschieden hast? Okay, es ist das rechte Loch. Alle Spieler haben sich entschieden. Ich werde jetzt töten, wenn sie sich nicht entscheiden. Geh in das Loch. So. Nur ein Loch ist richtig. Welches ist in der nächsten Runde das richtige? Alle haben sich entschieden. Und? Welches Loch ist das richtige? Und das mittlere war das richtige Loch. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, sind diese Kollegen da hinten weiter. Ihr kommt in die dritte Runde. Okay, zwei haben sich für rechts entschieden. Drei für die Mitte und zwei für links. Aber es werden alle bis auf ein paar sterben. Welches ist das richtige? Das wird sich nun entscheiden. Wer möchte denn ein Kosmetik haben? Pippe. Und? Aha. Schon wieder das in der Mitte war das richtige. Aha. Meine Helper haben ein bisschen Trolling gemacht. Das heißt, Krusty ist weiter. Risikoreich ist weiter. Crazy Jones ist weiter. Wir haben nun das Halbfinale. Drei Menschen leben. So, Leute. Drei Leute leben. Crazy Jones schon wieder. Du bist so ein Macher, Crazy Jones. Können wir mal alle einen Giga-Chat für Crazy Jones in den Chats spammen? Holy shit. Wir haben tatsächlich eine ideale Situation. Krusty im rechten, Crazy Jones im mittleren. Und Risikoreich ist im linken. Das heißt, einer wird jetzt gewinnen. Und die anderen zwei sind weg. Aber welches ist das richtige Loch? Wer ist der Gewinner der zweiten Runde? Nur ein Loch ist richtig. Go. Ja, Krusty ist tot. Und Risikoreiches hat gewonnen. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt, dann schreibt Krusty L in die Kommentare. Die dritte und letzte Runde von nur ein Loch ist richtig. Wir haben nun die letzte Runde von nur ein Loch ist richtig. Ich hoffe, alle Teilnehmer sind bereit. Wenn ihr AFK steht... Crazy Jones, bitte. Du bist der MVP dieser Runde. Du bist der MVP dieses Videos. Bist du bereit? Ja, er ist bereit. Let's go. Wenn Crazy Jones wenigstens nicht die dritte Runde gewinnt, bin ich wirklich enttäuscht. Du bist der Retter dieses Videos. Entscheidet euch nun für ein Loch. Alle Spieler haben sich für ein Loch entschieden. Go. Welches Loch war das richtige? Links war falsch. In der Mitte war richtig. Rechts war falsch. Navi, du wirst getötet, weil du dich nicht in ein Loch gestellt hast. GG. Da wollte jemand betrügen. Aber nein, das gibt es nicht bei uns. Das wird danach erst gemacht mit der Lava. Man kann nicht mit X-Ray sich entscheiden. Entscheidet euch nun für ein Loch. Es war wirklich PPL gerade. Holy shit. Talking Benz in der Mitte als einziger. Oder? Meredis ist auch drin. Okay. Ihr habt euch entschieden. Nur ein Loch ist richtig. Go. Und links. Und in der Mitte war falsch. Und doch, die Mehrheit ist weiter. Risiko reich ist als einziger rechts. Und der Rest. Digga, stellt euch doch jetzt mal rein. Was ist mit euch? Okay. Rechts war falsch. In der Mitte war falsch. Und links. Mal wieder das mit den meisten Spielern. Ist tatsächlich das richtige Loch gewesen. Mittleres oder rechtes Loch? Welches war das richtige? Vielleicht war auch das linke das richtige? Wir werden es sehen. Nur ein Loch ist richtig. Let's go. Welches Loch war das richtige? Und rechts war richtig. Schon wieder das mit den meisten. Oh mein Gott. Wenn Krassi das gewinnt, bitte. Ich will nicht mehr. Zehn Sekunden habt ihr. Entscheidet euch für ein Loch. Alle gehen in das mittlere. Aber der Gommeskin. Nee. Ricky. Nein, vermeid. Der Gommeskin. Einer hat sich für links entschieden. Und alle anderen sind in der Mitte. Stellt euch mal vor. Er holt das jetzt für sich. Er wäre insane. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Eins der drei Löcher wird nun richtig sein. Ich hoffe einfach, dass er links gewinnt, weil er hat sich das getraut. Welches ist das richtige Loch? Oh mein Gott. Nein. Du bist trotzdem Gewinner der Herzen, Ricky. Der Rest ist weiter. Vier Spieler überleben. Banana Ghost zögert, aber ist in der Mitte. Und Banana Ghost ist der Einzige, der die Eier hatte, in ein einziges Loch alleine reinzugehen. Gut gemacht, Banana Ghost. Du bist Gewinner der dritten und letzten Runde. Nur ein Loch ist richtig. Das einzigartige Format, was es noch nie auf YouTube gegeben hat. Schreib mir in den Discord DM. Du griechst in Kosmetik. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.